Tut mir leid. Ging aber nicht anders. Und jetzt nix wie weg. Zumindest haben wir mal genügend Vorräte mitgenommen. Das dürfte die freuen. Jetzt sind wir nämlich wieder am Hotel. Erinnerst dich Episode 1? Genau. Haben wir uns da einbarrikadiert? Der Candy hat uns schon wieder nicht geholfen. Das war kein feiner Zug von ihm. Ich weiß nicht, wie man es so einschätzen könnte. Er ist schon ein Ego. Und sie hat den Pulli an, den wir aus dem Auto mitgenommen haben. Guck. Viel haben wir gekriegt, ne? Alles in Ordnung, wie ihr Candy. Und wir haben genug Aero-Schafe, die aus dem Auto zu drehen. Dieses Ort ist gut, Kenny. Das ist nicht, was du gesagt hast. Ich weiß, dass wir endlich gehen müssen. Wir haben es wieder, oder? Kannst du nicht, Carly? Keine Ahnung, Leute. Ich bin sorry, jemand braucht Exekutive-Decisionen für die Gruppe. Hör auf mit dem Streiten. Hör auf mit dem Streiten. Keine Ahnung, Kenny. Das ist über alle. Was über die Lebenssituation? Was über die Schutzschutzung? Was über die Schutzschutzung? Was über das, wenn dieses Ort fällt? Niemand muss darüber denken. Wie hat das nicht funktioniert? Wir haben alles, was wir brauchen. Weil ich, Lilly. Nein. Weil Lee weiß, wie man sich um die Menschen anziehen. Nicht nur ich. Was über die Medizine? Was über die Medizine? Wir haben viel Essen aus dem Stationwagen. Wir können nicht nur unsere Fingern geschlossen für mehr Stationwagons. Alles, was passiert uns ist eine andere Angelegenheit für Sie zu holen. All ich will ist eine Woche von peace, von nicht zu hören. Do you know, wie wir diese Suppe bekommen haben? Ihr Freund und ich haben Glück, und wir haben eine Frau getötet. Was? Eine Frau kam aus einem Alley. Sie hat deaden, all über sie. Sie hat uns genug Zeit, zu bekommen wir alles aus der Drugstore. Und Sie hat sie einfach zu verletzen. Wie was? Wie Bait? Oh Gott. Was ist passiert? Du warst nicht da. Ihr könnt ihr nicht versuchen, sie zu retten? Es geht nicht mit ihm. Es ist die erste smarte Sache, die er in einem Zeitraum gemacht hat. Ich bin froh, dass du denkst, dass du ein Verletziger bist smart. Hey, wenn du nicht mit uns agreest, dann nehmen wir alles, was wir haben, in diesen Schraubchen, und es in eine Pile markt. Keine Hypokriterien. Und du kannst alles andere nutzen. Ich mag nicht so leben, aber Christ, Leute. Es wird nicht so leichter werden. Es wird nicht so leichter auf der Straße sein. Wie wirst du wissen? Was ich wissen? Ich weiß, dass du nicht vor dem Verletziger bist. Ich weiß, dass jemand unsere Zutaten hat. Das ist richtig. Zutaten. Und ich weiß die Liste von Leuten, die ich dir信 kann, wird dir kleinerer werden. Jeder Tag. Jetzt, alle raus. Okay, die ist sauer. Sie hat recht jetzt. Sie ist recht, du weißt. Die Scheiße wird nur noch schlimmer am Tag. Whatever, Lee. Du hast deine Seite gekauft. Ken, das ist nicht fair. Alles, was ich weiß, ist, wenn diese Scheiße passiert, bin ich der fucking schlechte Typ. Ich möchte euch einmal einmal bedanken. Für einmal! Hey, du hättest mich schliegen lassen unter der Tür. Du Arsch! Und ich würde gerne sprechen, wenn du eine Minute hast. Habt ihr noch mit Lily gesprochen? Nein, noch nicht. Ja, ich werde. Was ich wollte sagen, war, ich habe viel über dich gedacht. Über dich. Okay, ich denke auch über dich nach. Ich denke auch über dich. Unsere Gruppe ist klein. Du bist klein. Du bist ein verabschiedeter. Carly, Jesus! Und ich denke, die Leute sollten wissen. Nicht, weil sie zu verdienen, und nicht, weil du ein schlechter Mann bist. Ich denke, das Gegenteil von diesen beiden Dingen. Die Leute müssen wissen, weil wir hier bei einem Thread hängen. Und ich sehe nicht, dass Lily über dich reden kann, ohne zu denken, dass sie das nächste, was sie sagen wird. Du musst nicht alles erzählen, Aber denke, wer du vertraut hast, und die Möglichkeit, während du sie hast. Wahrscheinlich hast du recht. Ich werde es den Leuten sagen. Ich werde die Leute wissen. Du bist völlig richtig. Gut. Ich denke, es ist für die Beste. Oh, ein Pussy. Fühlst du dich hier sicher? Fühlst du dich hier sicher? Show me a bath with a heated floor and a high-rise apartment and hand me a full-bodied Malbec and then I'll feel safe. I don't know. This place is fine, but we all know that that could change at any second. Sind die Leute bereit für die Wahrheit? You really think people are ready to hear about me? It's not a matter of ready or not. There's never going to be a good time, but there are going to be a lot of bad ones. Right now doesn't seem like one of them, but everyone's different. Who knows how each person would take it, you know? Maybe it's worth thinking about who you want to tell. Und was fällt dir zu Lily ein? You, uh, have any thoughts about Lily? I worry about her, that's about it. She keeps trying to run things, but it's just not working. I'm gonna look into this thing. Good idea. So, ja, jetzt müssen wir den irgendwie den richtigen Leuten die Wahrheit verklickern. Aber wir reden erst mal mit der kleinen Clementine. Hey, Clementine. Hey, Lee. Was machst du da? Was ist das, was du arbeitest, Clem? Es ist eine Leifrubbung. Meine Lehrer, Miss Moore, hat uns gezeigt, wie wir ihn machen, als wir zum Botanical Garden waren. Siehst du? Es ist das gleiche. Ähm, irgendwie. Ah, das ist wirklich etwas. Gefällt es dir hier? Ich werde einen für dich auch machen. Gefällt es dir hier? Du magst es hier? Ich mag es hier nicht. Willst du gehen? Wohin gehen wir? Somewhere anders. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich weiß, woher? Ja, das wäre eine gute Sache, zu wissen. Und das ist natürlich die Frage sagen, was der. Einerseits ist es natürlich noch ein Kind und versteht es vielleicht gar nicht, aber andererseits ist es eben unser, unser, ja, die, die wir beschützen müssen und wo wir eigentlich ehrlich sein sollten. Also sage ich es dir einfach mal. Clem, ich brauche dich für einen Moment zu sprechen. Okidoki. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis. The day you and I met, I was in a car accident. I remember. Your leg was bleeding. The car I was in was a police car and I was on my way to jail for committing a crime. I need to tell you now because I don't want you to hear it any other way. Ok. Do you have anything to say? I don't think so. You can go back to your things. I'm sorry. You don't have to apologize. Did you come in here to give me hell or to coddle me? You have to chill out. I know. I'm trying. I'm trying. I just... I feel like a crazy person. Can I do anything for you? Yes. I need help. There's a traitor. Somebody. One of us out there. He or she or they have been taking things. What have you for... for... for real? Who? What do you got? Yes. For real. And I don't have shit. I just know. Lily. It counts off and it's the good stuff. Antibiotics. Oxy. Fuck. Anything with opium in it. I see the count and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. I want you to poke around. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. Huh. We don't toss out equipment. We fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you're using it when you shouldn't. Okay, I'll poke around a little bit. Thank you. Okay, I'll poke around a little bit. Thank you. If you liked this video, then you'd like me a thumbs up and share it with you. And this video is on Facebook or Twitter. And in this video, I'm out. We'll see you and see you in the next video. Bye. 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 Bye.